Wir waren jetzt gerade noch frühstücken und jetzt fahren wir weiter zum ersten Youngster Cup Rennen dieses Jahr. So wir sind da, hinter mir ist noch die Streckenbegehung von den Jüngeren. Eine Viertelstunde ist dann Papierabnahme, Streckenbegehung, Fahrerbesprechung und dann geht's los. Ich komme gerade von der Streckenbegehung. Also es sind erste Streckenbegehung. Es sind zwei Strecken, weil wir eine Doppelveranstaltung fahren. Das heißt wir fahren jetzt ein Rennen und dann noch ein Rennen. Ich bin jetzt gerade die erste Strecke abgegangen. Im Vergleich zum letzten Jahr viel besser. Letztes Jahr war das so voll die Mickey Maus Strecke und eng und kurvig. Es sind zwar noch so zwei, drei Ecken drin, aber im Großen und Ganzen relativ flüssig zu fahren. Ich gehe es jetzt noch ein zweites Mal ab, so ein bisschen besser einprägen. Und dann denke ich mal ist Fahrerbesprechung. Und dann können wir die Helme holen und los machen. Hier beim Slalom Youngster Cup ist es so, dass man Trainingslauf fährt und dann für den ersten Wertungslauf noch im Auto bleibt. Ich bin jetzt gerade das erste Mal gefahren, also Trainingslauf, erster Wertungslauf. Und ich hatte so einen Druck auf Leckmühlen. Ich muss so pissen. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen in einem Scheißzahn gefahren. Verloren ist aber trotzdem noch nichts, was ich so von den Zeiten her gehört habe, sind die anderen auch nicht zu. Zweiter Lauf war jetzt tatsächlich besser. Jetzt geht es auf die Streckenbegehung für das zweite Rennen. Hätte ich noch pinkeln gehen dürfen, wäre ich mindestens erst dauernd. Die zweite Strecke ist ein bisschen flüssiger, soll es mir besser liegen eigentlich. Auf der Strecke ist der Maximilian Räuber. Auf der Strecke ist der Maximilian Räuber. Auf der Strecke ist der Maximilian Räuber. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Wir haben das nächste Jahrmeister. Wir haben einen Gummibar. Mach's gut. Servus. Ciao, ciao. Er fährt nur noch August. Grundsätzlich habe ich was. Ciao, ciao. Servus. Was willst du jetzt da sagen? Bei was? Zudem mit erster Lauf, schnellster mit einer Sekunde und einem zweiten Lauf. Sicherheitslauf. Okay, kurze Erklärung an der Stelle. Wir fahren einen Trainingslauf und zwei Wertungsläufe. Die Zeiten von den zwei Wertungsläufen werden addiert und ergeben dann die Wertungszeit. Wer da die schnellste Zeit hat, gewinnt den Lauf. Ich bin im ersten Wertungslauf die absolute Bestzeit gefahren, also an dem Tag war auf der Strecke keiner schneller als ich. Und war im zweiten Wertungslauf dann etwas langsamer. Bin im Endeffekt aber nur Zweiter geworden, weil eben die zwei Zeiten addiert werden und nicht die schnellere der beiden zählt. Kopfsache, ganz einfach Kopfsache. Ich dürfe nichts falsch machen, ich dürfe nichts schmeißen. Mit dem Gefühl, wenn du rausfährst. Ich habe es ihm gesagt, der Spruch bei mir hieß immer im Vormerensport Pokal oder Spital. Da war es gnadenlos. Also entweder ich habe das Auto wegschmissen und der war richtig hin oder der Chef hat gesagt, wir sind unter die ersten drei. Ansonsten scheißegal. Pokal oder Spital, denk nicht darüber nach, sagt er, fahr auf der letzten Rille. Wenn er weg ist, ist er weg. Aber du weißt, ich bin... Ja, du müsstest eigentlich abschalten, anstatt hinfahren, Tag, alles ausblenden und Dracula Zähne raus, Wiedersehen. Also fürs nächste Rennen, ich fahre ohne Kopf und dann haben wir hier. Und dann haben wir hier. Ich bin... Ja, ich bin... In...